Aber das ist der richtige Weg Muss ich mir andauernd einregen Ist jemand hinter mir? Ja hinter mir ist jemand Da ist der Helikopter Wie soll ich hier noch ausschalten? Schnell, schnell, schnell Was ruhigst du hiermit? Oh, ich sehe nichts Komm schon, geh kaputt, geh bitte kaputt Oh, wieder so ein Bohle Opfer ey Hab ich ihn kaputt gemacht? Lass mal sehen Perfekt, weg hier Da hinten kommt einer Scheiß auf den Laufrei Ja Ja, das ist geplant, dass sie mich erwischen Aber als ich das am allersten mal gehört Da hab ich ihn richtig so in Schock gekriegen Als wäre es nicht ein Horrorspiel Jetzt würden wir jetzt hier ein Dead Space spielen Ah, James ist jetzt im Knast Ich hoffe er lässt jetzt nicht die Seife fallen Das wäre ein ernsthaftes Problem Das wäre ein ernsthaftes Problem Ne, wir sind wieder im Bunkerkomplex Oder in einem Bunkerkomplex Wenn wir hier eine Waffe benutzen Tauchen die Gegner von überall auf Also Also Müssen wir unser Judo hier einsetzen Vorteilhaft ist Wenn ihr ganz nah dem Gegner dran seid Ey, wie sich das anfällt Sterbte sofort Na, er kann euch nicht treffen Ja Nein Sterb endlich Nein Das darf ihn nicht Oh, die Rasse ist weggelaufen Oh, die Rasse ist weggelaufen Oh, die Rasse ist weggelaufen Oh Wo ist das Messer? Das ist doch hier irgendwo hingeführt Ah, da ist es Oh, hier ist es Oh, ich hatte sechs Safe ist lock Ich habe gerade ein Safe Key gefunden Ach so, dann braucht bisschen mehr als nur ein Safe Key Ja, da, ich hab ne Safe-Key. Na, wie die mag's da gut laufen, weißt du nicht. Macht er so nen dreckigen Job zu sterben? Ich effke, genau hin. Schlafkräfte. Wieso hab ich nur noch 4? Ich hatte noch 8, hier liegt noch 1. Ich hab Messer und der Fuß. Oh, ich drück die ganze in den falschen Knopf. Na, komm mal her. Das ist doch... Das ist doch... Das aussieht komm unendlich. Also, hab ich ne bessere Idee. Ja, failed, alles failed, ist mir doch egal. Weg damit. Ich brauch meine Bleispritze, das geht nicht. Die geben nicht genug Eisen im Blut, also muss ich dafür sorgen, dass sie genug Eisen im Blut haben. Das geht doch nicht, die fallen mir sonst noch aus den Schuhen. Yeah! Die ersten Packen, die haben gemesselt. Na, komm her. Dreck! Tür schliessen. Der Sack hat sich den Topf. Oh, die hat mir die Tür geöffnet. Ah, Mist! Schnell macht die Tür... Snap kürzen. Ja... Stirbt! Ja... Ja... Was ist hier bitte los? Ich brauch das. Hey, ich muss mich auch andauernd verdrücken. Ich muss mich auch andauernd verdrücken. Alter, das hat mir noch gefehlt. Jetzt kommen die Heftigen. Alter, das hat mir noch gefehlt. Jetzt kommen die Heftigen. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht möglich. Der kommt jetzt mit der D-D-D-44 an, ey. Und ich muss mich auch mal groß machen. Oh. Ihr werdet mich nicht kriegen! Davon ist wichtig, dass du fuck vorne anfangen. Das gibt's doch nicht. Next. Wie soll ich so einen ganzen Haufen töten? Mit keiner Waffe. Dann eben noch einmal. So. Die Tür ist geschlossen. So. Was ich jetzt machen muss. Ich muss mal hier abwarten. Bis der erste Typ kommt. Dann werfe ich ihm das Messer in den Rücken. Und da ist er. Die lasse ich noch da drin. Mist, Mist. Halt mich gesehen. Ich muss ihn hier hinlocken. Komm her. So. Der wird auf jeden Fall hier in der Mitte stehen. Nein. Nein. Wieso? Der steht vor mir und ich treffe ihn nicht. Nein, 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 nein. Die Nüsse. In die Nüsse mit ihm, Dinger. Alter, ich sterb endlich. Die da hinten sein. Ach. Ja, klar. Ja. 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 Schließt die verdammte Tür. Alter. Stimmt. Ich habe irgendwas aufgehoben. Oh Mist, jetzt habe ich wieder eine Waffe in den Hand. Ich muss mich beeilen. Das ist so lächerlich, wenn ich eine Waffe in den Alter tanze ich von überall an. Ich habe... Ist die Bezahlung so gut, dass es so viel gibt? Können wir auch dafür entscheiden, auf die andere Seite zu wechseln? Ich muss mich beeilen. Ich weiß, wo hier ein Body-Armor ist. Das ist noch so ein Teil. Ah, ich drücke die Kasse in den falschen Platz. Schnell checken, ist jemand hinter mir? Ja, da wollte gerade einer kommen. Viel zu ektisch, viel zu ektisch. Nein, 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 nein. Hier liegt eigentlich ein Body-Armor, wieso liegt hier keins? Schnell checken? Nein, ich habe keins. Ja. Schnell. Komm schon, mach das Ding kaputt Alter Da ist jemand hinter mir Ich muss zum Safe key Äh, zum Safe Bei den Key Da ist nichts Da links ist was Ich hab die Waffen Lauf Der hat sich hier versteckt Eigentlich will das Spiel, dass man hier wartet Äh, dass man die mit der Hand töret Damit man Nicht ruft Das war die PP-Sex Okay Ah, ich bin tot Ich muss jetzt ein Bodyarmor schaffen Wie es aussieht Sind denen die Leute ausgegangen Billige Arbeitskraft noch gefunden Komm her Ey, ich steck hier fest Das war sehr knapp Ich weiß noch, dass hier einer ist Muss mal kurz gucken Ja, so viele Objectives Das ist ein bisschen schwer zu lösen Wenn man nur noch so wenig Lebenspunkte hat Der will nicht zu Boden gehen Der macht noch ne Rolle weiter Kriegt der 50 Kugeln in den hinteren Geschoss Und macht noch seine Rolle Putzelbaum Da hinten ist noch ne Kamera Aber ich muss da rankommen ohne Dass die mich entdeckt Und ohne, dass mir irgendjemand in den Rücken schießt Hier war ich Jetzt hole ich Natalia raus Es ist total bekloppt Sie gleich von Anfang an raus Weil die stört noch Und die Chance besteht dann Dass ihr sie abknallt Dass ich sie abknallt Eine treue Bleispritze Mit dem Spitzmantel Na komm schon Natalia Mach hin Das ist ein bisschen fett Ich muss ein bisschen joggen Geh mal los Kann ich Was muss ich denn hier überhaupt machen Compaere Mal überlegen Compaere Steff Casualty Keine Ahnung was zu tun ist Ich weiß nur, dass Natalia hier jetzt an den Computer geht An den Computer, den ich glaube ich hier jetzt Zerstört habe Was macht sie dabei? Löst den Alarm bestimmt aus Ich guck mal, ob das aktuelle GoldenEist Okay, ich weiß, dass ich hier was vergessen habe Na? Ja, ich habe keine Ahnung was das Was das da unten ist Ähm Das werden wir dann nächstes Mal rausfinden Ich bin jetzt ein bisschen müde Leg ich mir erst mal schlafen Das gibt's doch nicht Einer gegen Das waren bestimmt 80 Gegner Mindestens Äh, wir sehen uns dann beim nächsten Partie davon Let's play Goal 907 Für die N64 Ich bin euer HD Und sage Bye Bye Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.